ich sag dazu ist nix wenn man mal der medic ist halt neben mir aber zieht mich nicht aus dem auto raus was ist das für ein bullshit man was denn für einen vor allem gibt es halt bloß 30 vip slots alter das reicht halt niemals aus ich brauche eigentlich schon der ist komplett voll ja keine ahnung was heute los ist wo soll ich eigentlich am besten join als anfänger attira oder syrta ist wurscht sind die medics eigentlich inkompetent ja ich lieg hier in meinem auto drin der typ steht neben mir macht aber nix der red die ganze der red einfach nur mein auto die ganze drum wieso spaß hauptseller beschlagte mein brawler wirst du mich ficken mann auf dem scheiß absteuhof so das habe ich schön aufgenommen jetzt alles geil von wem wird er beschlagnahm dass wir jetzt gleich sehen welchen medik als ob als ob ich in zenten riebeln slot abgeh doch damit wurst Bäm, 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 bäm.